Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Sport1 macht das große Power-Ranking der Volleyball-Playoffs-Urheberrecht-Sport1-Montage, Davina Knigge, Getty Images, Imago, 30. März 2019, 11.47 Uhr, die Volleyball-Bundesliga geht in die heiße Phase. Wer kann Berlin, bei den Männern und Schwerin bei den Frauen vom Ton stoßen? Sport1 macht das große Power-Ranking. Die Volleyball-Bundesliga geht in die heiße Phase. Das erste Viertelfinal-Duell der Männer ist bereits Geschichte, Titelverteidiger Berlin Recycling Volleyes hat den ersten Schritt zum Einzug ins Playoff-Halbfinale gemacht. Der neunmalige deutsche Meister gewann das erste Viertelfinalspiel gegen die SWD-Power-Follies-Dürren-Klar mit 3 zu 0, 29 zu 27, 25 zu 19, 25 zu 14 und ging in der Best-of-Three-Serie mit 1 zu 0 in Führung. An diesem Samstag geht es bei den Frauen los, mit dem Spiel 1 zwischen dem SC Potsdam und den Roten Raben-Wilsbiburg, Volleyball-Playoffs SC Potsdam, Roten Raben-Wilsbiburg ab 16 Uhr im TV auf Sport1, wer kann dem amtierenden Meister gefährlich werden? Und wer kann Schwerin vom Thron stoßen? Sport1 macht zusammen mit Experte und Kommentator Dirk Berscheid das große Power-Ranking. Fahrzeuge-Dirk.